Kennst du das? Du hast dir jetzt eine neue Software geholt, möchtest dich jetzt nur in diese hineinarbeiten. Das bedeutet, du schaust auf die Webseite des Softwarestellers, ziehst dir da einige Informationen heraus, blickst durch einige Tutorials, liest das Handbuch und so weiter. Das bedeutet, du suchst dir alle Informationen zusammen und eignest dir die Software Stück für Stück durch. Das funktioniert im Regelfall eigentlich ganz gut, nur es ist halt nicht wirklich strukturiert. Und es geht gerade bei dem Lernen, durch eigenständiges Lernen ohne Struktur, ohne roten Faden, relativ viel Zeit verloren, weil man sich diese ganzen Informationen selber zusammenstellen und zusammensuchen muss. So, und was wir jetzt immer häufig als Feedback von unseren Kunden bekommen haben, ist ein strukturiertes Onboarding, ein geführtes Einarbeiten in die Software. Und da das bei vielen Software-Applikationen noch nicht der Fall ist, haben wir uns hier die Gedanken gemacht und so etwas jetzt für unsere Anwender bereitgestellt. Das heißt, wenn du Anwender unserer Statikprogramme, R5.6, R-Stab 9, R-Wind oder R-Section bist, dann bleib auf jeden Fall dran, weil das wird auf jeden Fall für dich wertvoll sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gluball Podcast. Mein Name ist Daniel und heute geht es um ein sehr spannendes Einführungspaket. Einführungspaket, wir sagen dazu auch Onboarding-Package, also ein Einarbeitungspaket für alle Anwender unserer Statikprogramme. Warum haben wir uns hier Gedanken gemacht, ein Onboarding-Programm für unsere Kunden zu entwickeln? Ganz einfach, erfahrungsgemäß sind die Kunden, die ein begleitetes Onboarding haben durch die Freischaltung von Online-Kursen oder halt auch im Online-Training durch einen unserer Techniker viel schneller in der Software drin, wie wenn niemand ohne Hilfsmittel oder sich das ganze Wissen selber zusammen suchen muss, aus unserer Webseite, aus unseren Webinaren, unseren YouTube-Kanälen und so weiter. Wir haben natürlich die Strategie, dass wir hier möglichst viele Informationen zur Verfügung stellen wollen. Auf der Webseite findest du Fachbeiträge, FAQs, Videos, Tutorials, Handbücher, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das ist auf der einen Seite extrem hervorragend, das haben nicht viele. Das heißt, der Anwender hat jederzeit die Möglichkeit, die für ihn sinnvollste Variante zu finden, um sich in die Programme hineinzuarbeiten. Und gleichzeitig haben wir auch das Feedback von den Kunden bekommen, neben dem, dass wir so viele Informationen und Hilfebereitstellungen offen auf unserer Webseite haben, ein unterstütztes Onboarding, eine unterstützte Einführung, Begleitung in die Software zu erhalten. Also, was hat das für uns bedeutet? Erstens mal die Erstellung von neuen Online-Kursen. Jetzt hast du als Anwender die Möglichkeit, verschiedene Online-Kurse zu den verschiedenen Themen dir zu holen, jederzeit darauf zuzugreifen und diese aufgezeichneten Videoabschnitte jederzeit immer für dich zu konsumieren. Das bedeutet, in diesen Online-Kursen wirst du Schritt-für-Schritt an die Hand genommen. Es ist chronologisch aufgebaut, relativ interaktiv, sodass du hier ein Start strukturiert mit einem roten Faden, also einer gewissen Orientierung, sehr gut in die Programme hineinfindest. Das hat das natürlich auch dann für einen Vorteil für dich. Du sparst ja extrem viel Zeit. Du hast ein schnelles, effizientes Lernen und kannst da währenddessen auch schon viel schneller in die Umsetzung kommen, was auch später wiederum vorteilhaft ist für die Umsetzung deiner Projekte. Also, du wirst hier schnell produktiv. Und diese Online-Kurse, aktuell haben wir drei Online-Kurse. Das ist einmal ein Grundlagenkurs von der Länge etwa zwei bis drei Stunden. Grundlagen, wie zum Beispiel eine Einführung in die Installation, in die Benutzeroberfläche, in die Modellierung, Belastung, Berechnung, als auch dann die entsprechende Ausgabe mit anschließender kleineren Bemessung. Und dann gibt es noch weiterführende Kurse. Da gibt es noch einen Kurs für den Stahlbetonbau, als auch für den Stahlbau. Alles nach Eurocode, sodass du auch hier weißt, okay, wie wird eine Bemessung nach EC2, also nach Eurocode 2 Stahlbetonbau, von Flächen, Stäben, Stützen oder auch Durchstandsnachweise durchgeführt. Und mithilfe dieser Online-Kurse bist du hier mal auf den neuesten Stand und wirst dir bestmöglich mitgenommen, was die Einführung in die Software anbelangt. Genau, also das ist ein Teil Online-Kurse. Großer Vorteil von den Online-Kursen. Sie sind jederzeit abrufbar. Sie stehen dir jederzeit zur Verfügung. Du kannst die jederzeit immer wieder anschauen, in deinem eigenen Tempo lernen. Also zusammengefasst sind das die wesentlichen Vorteile, weil es halt einfach dieses Selbststudium jederzeit orts- und zeitunabhängig ist. Und diese Online-Kurse stehen dir immer zur Verfügung. Und anders als die ganzen Informationen auf der Webseite, geben dir diese Online-Kurse immer eine Struktur, so wie wir es für richtig halten, um sich am besten in die Software hineinzuarbeiten. So, also das ist der eine Teil vom Onboarding-Paket. Das heißt, ein Onboarding-Paket besteht dann aus drei Online-Kursen. Einmal den Grundlagen-Online-Kurs, dann den Massivbau und den Stahlbau. Und on top gibt es dann auch noch eine Einführung eines Technikers, eines unserer Produkt- oder Support-Ingenieure. Das bedeutet, diese führen dich zwei Stunden lang in die Software hinein, gehen mit dir die Software im interaktiven Austausch durch, erstellen ein einfaches Modell, zeigen dir die Benutzeroberfläche, zeigen dir die wichtigsten Funktionen, gehen auf deine Fragen ein. Und das gewährleistet dir erstens mal einen fehlerfreien Einstieg in die Software, weil du damit auch Fehler vermeidest, gerade im Anfang. Du musst kein Trial and Error machen. Das heißt, du sparst dir hier schon extrem viel Zeit und auch Kosten, die durch dein Selbststudium entstehen würden, denn der Techniker weist dich nämlich auf typische Anfängerfehler hin oder weist dich auch auf wichtige Tipps und Tricks hin. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sehr viel wert ist, gerade in der Anfangsphase, wenn man sich ein neues Produkt beibringt. Genau. Gleichzeitig können auch deine technischen Fragen beantwortet werden und du erhältst wertvolle Empfehlungen, Tipps, Tricks, wie man mit der Software mit deinen Projekten am besten umgeht. Genau. Also, das ist das Onboarding-Paket. Und nochmal zusammenfassend, Teil 1 bzw. ein Teil Online-Kurse, der andere Teil eine 1 zu 1 Grundlagenschulung eines unserer Techniker, also wirklich zwei Stunden lang setzt er sich in einem Online-Meeting mit dir zusammen und geht die Software Schritt für Schritt mit dir durch. So, und wenn das für dich ein Thema ist, dann schreib uns doch gerne an, hinterlass eine E-Mail-Nachricht, info at luball.com und wenn du oder auch durch dieses Onboarding-Paket dein Team unterstützen möchtest und wir euch da begleiten sollen, komm jederzeit auf uns zu und wir setzen uns in Verbindung und machen das mit dir. Alles klar, in diesem Sinne, vielen lieben Dank und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, Gluball Podcast. Mach's gut.